Guten Tag, mein Name ist Kasia Iqbal, ich arbeite als Ingenieur in der Anwendungstechnik bei TENSA International. Am Freitag, den 11. Oktober um 10 Uhr, präsentieren wir ein Webinar mit dem Thema Innovative Berechnungsansatz zur Grundbruchssicherheit von Geoguita-stabilisierten Arbeitsabendien. Als besonderer Gast erwarten wir die Teilnahme von Dr. Kasia Smar aus Großbritannien, die Ihnen einblicken Forschung, Entwicklung und Validierung gibt es an der Schäbenwelt. Guten Tag, mein Name ist Kasia Ria Zamara. Ich bin der Applikation Technologie Manager bei TENSA. Ich bin froh, dass ich ein Teil der Webinar auf Temporary-Walking-Platforms verabschiedetze. Ich werde unsere bisherige Forschung über die Full-Scale Testung von Geogrid-Stabilisierten Temporary-Walking-Platformen. Das 1-Meter-by-2-Meter-Plat, das Sie hinter mir sehen können, ist eines der Projekte, die ich darüber spreche. Ich werde da, um zu antworten, alle Fragen zu beantworten. Ich begrüße Sie, dass Sie anzunehmen. Im Wesentlichen werden wir den Berechnungsansatz und seine Funktionweise vorstellen, Ihnen zeigen, wie diese im Softwareprogramm TENSA Plus implementiert ist und wie Sie die Geogrid-Stabilisierte Arbeitsabendien dimensionieren können. Zu diesem Webinar lade ich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns sehr auf Sie.